Hallo meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder ein neues Video in aller frische. Wir werden heute auf das Video von KuchenTV reagieren. Das Ganze ist eine Off-Stream-Reaction, da momentan wenig Streams, weil viel zu tun. Wir werden uns heute anschauen von KuchenTV, manipulativ und ekelhaft Mikis Streaming-Ende Kuchentalks, Folge Nummer 944. Ich hoffe, euch geht's gut. Nehmt euch was zu essen in die Hand, chillt mit mir ein bisschen ab. Viel Spaß bei dem Video. Let's go. Jo Freunde der beendeten Karrieren. Heute tatsächlich mal mit einer guten Nachricht und zwar hört MikiTV mit dem Streaming auf. Logischerweise... Einer der besten Bundesliga-Clips, die es überhaupt gibt, Digga. Kann man aber natürlich nicht gehen, ohne am Ende nochmal ein riesiges Projekt zu starten, um auch wirklich den letzten Cent aus seinen Zuschauern rauszupressen. Was meiner Meinung nach übrigens mega verwerflich ist, aber das sehen wir ja gleich. Gucken wir uns aber mal den Anfang von seinem Video an. Hallo? Hallo? Ist hier irgendwer? Also grob zusammengefasst, so wie ich es mitbekommen habe, ich bin momentan echt wenig am PC, deswegen auch wenig Streams. Ich habe halt momentan ein bisschen mehr zu tun als sonst. Dafür kommt viel mehr cooler IRL-Content und auch in den nächsten Wochen unfassbar geiler IRL-Content. Aber das werdet ihr dann ja sehen. Was ich so ein bisschen mitbekommen habe, ist... Wett Kuchen mit Sicherheit auch gleich nochmal sagen, aber nur nochmal grob zusammengefasst aus Onkel Monte sein Mund. Miki möchte aufhören zu streamen. Das Ganze möchte er aber machen mit einem Submarathon, bevor er dann aufhört. Also ein Submarathon, bevor er aufhört. Sein Ziel, so habe ich gehört, des Submarathons ist, den deutschen Subrekord zu brechen, der liegt bei über 90.000, plus den längsten Submarathon zu machen, den es jemals gab. Diesen Rekord will er auch brechen, so wurde mir erzählt. Der Rekord liegt bei 800 Tagen oder 900 Tagen. Das heißt, er müsste mehr als drei Jahre durchstreamen, um den Rekord zu brechen. Das ist irgendwie so ein bisschen im Zwiespalt mit, ich höre auf. Okay Leute, keiner da. Schnell, pack die Sachen ein und dann raus hier. Das geht halt wirklich eine Minute so, dass einfach gar nichts passiert. Warum? Warum hat man das sich weggeschnitten? Ich kapiere es irgendwie nicht. Und nachdem man dann reinkommt, natürlich erstmal in den Sessel fallen. Bevor ich euch allerdings jetzt auf heißen Kohlen sitzen lasse, gucken wir uns mal an. Was ist denn das heftige letzte Projekt, was er an den Start bringen wird? Wo ich eine gewisse Zeit brauche, auch davon loszukommen. Und um mich darauf einzustellen, wird es ein letztes Projekt, einen Submarathon geben. Und dieser Submarathon, also erstmal, was ist ein Submarathon? Die Laufzeit des Streams quasi bestimmt der Support, der von euch reinkommt. Ich habe mich da noch nicht darüber festgelegt, wie lange das sein wird. Und das ist meiner Meinung nach emotional erpressend und ekelhaft seinen Zuschauern gegenüber. Aber was ist überhaupt ein Submarathon? Das bedeutet, dass man eine vorher festgelegte Zeit online ist. Diese Zeit kann aber immer weiter verlängert werden, indem man Geld da lässt. Egal, ob man spendet, Subs da lässt oder auch Bits. Egal, was für ein Geld an den Streamer kommt, dieser bleibt dann länger online. So Leute, wenn keine Donation mehr kommt, dann gehe ich jetzt offline. Ich bin dann weg. Wer noch verspenden? Nein? Okay, gut, dann war es das jetzt. Oh mein Gott, danke für die 2 Euro. Wie es dir noch mal 2 Minuten leid hat, 2 Minuten für die nächste Donation. Wer hat noch nicht, wer will noch mal jetzt Donation reinhauen? Normalerweise gibt es... Also prinzipiell ist es natürlich Micky seine Entscheidung. Und er kann entscheiden mit seinem Kanal und wie er das macht. So wie er Lust hat. Und ich verstehe mich ja mit Micky. Deswegen ist auch überhaupt kein böses Blut, wenn ich jetzt einfach nur meine Meinung wiedergebe. So wie es viele andere auch machen, wenn ich etwas mache. Man muss erstmal, und das wird sich wahrscheinlich im Laufe des Videos eventuell noch rausstellen, man muss natürlich erstmal hinterfragen, warum möchte denn Micky aufhören? Aus privaten Gründen muss er sich um seine, als Beispiel jetzt nur, kranke Mutter kümmern. Bekommt er ein Kind? Muss er sich um seine Frau kümmern? Whatever. So versteht ihr, wie ich meine? Also es gibt ja ganz verschiedene Beweggründe zu sagen, ich höre auf. Und am Ende kann jeder für sich ja entscheiden, in der Streamingwelt, ob er aufhören möchte oder nicht. Ich bin da aber pro Kuchen, dass ich schon, also ich bin kein Freund davon zu sagen, und so stellt sich es gerade dar, ich höre auf, aber ihr könnt im Grunde entscheiden, wann ich aufhöre. Und diese Entscheidung ist von euch beeinflussbar, wie viel Geld ihr mir spendet oder wie viele Subs ihr da lassen tut. Und wenn das der Fall ist, finde ich das eher uncool. Das muss am Ende natürlich die Community von Micky entscheiden und die Leute, wie sie da Bock drauf haben und wie nicht. Und es ist am Ende auch Mickys Entscheidung, wie er es machen möchte. Er hat ja gerade auch noch davor gesagt, den Zeitraum will er noch nicht festlegen. Aber normalerweise ist ein Submarathon Open End, theoretisch gesehen. Das könnte natürlich aber auch sein, das weiß ich jetzt nicht, dass Micky sagt, jo, ich mache das maximal 30 Tage und egal, wie viel da reinkommt, dann bin ich weg. Aber es hört sich für mich nicht so an. Und da bin ich ehrlicherweise dann kein Freund von. Das ist auch eine Maximalzeit, zum Beispiel 7, 14 oder 30 Tage. Manche machen das aber auch einfach endlich, weil die offensichtlich nichts im Leben zu tun haben. Aber was genau finde ich daran jetzt so ekelhaft? Alle seine Zuschauer wissen logischerweise, dass wenn die Uhr einmal auf Null fällt, dann ist der Stream vorbei und er kommt nie wieder online. Was passiert also im Umkehrschluss? Richtig, die Leute werden so viel Geld wie möglich in diesen Stream reinhauen, damit er einfach nicht zu Ende geht. Am Ende sind seine Zuschauer ungefähr das hier. Nach kein Geld? Ach nö. Was? Wieso denn? Ganz einfach, weil ich absolut und total pleite bin! Die Leute werden hier einfach emotional unter Druck gesetzt. Denn gerade, wenn man ein jahrelanger, treuer Zuschauer von Micky ist, man ihm vielleicht jeden Abend beim Stream zugeguckt hat, dann möchte man logischerweise nicht, dass dieser letzte Stream endet. Und das macht er sich einfach komplett zu eigen. Er manipuliert, wahrscheinlich auch unabhängig, so klug würde ich ihn nicht einschätzen, auch in diesem Video. Beispielsweise durchgängig mit solchen Aussagen hier. Da habe ich unfassbar viele Nachrichten bekommen, die mir alle gedankt haben für diese Zeit, was ich dir nicht alles gegeben habe. Es gibt den Clip, wo ich für einen Jungen die Nacht durchstreamer, weil seine Mutter gestorben ist. Und er hat gesagt, der ist manchmal immer noch im Chat dabei und sagt, hey Micky, du bist eine unfassbare Stütze, du bist irgendwie immer da. Nichtsdestotrotz aus meiner Perspektive, auch wenn ich ein großes SEO habe, werde ich niemals ansatzweise euch das zurückgeben können, was ihr mir in den letzten Jahren ermöglicht habt. Ich habe eine unglaubliche Freude daran, mich mit euch zu unterhalten. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Und das Ganze werde ich euch niemals zurückgeben können. Aber mit diesem Projekt werde ich das Beste tun für meine Brieftasche. Wie gesagt, keine Ahnung, ob er das Ganze extra... Puh, das ist echt schwierig, weil ich ja auch Micky mag, aber so jetzt ganz neutral betrachtet, egal ob ich cool mit ihm bin oder nicht, als Außenstehender mit ein bisschen Verstand in der Berne, kommt das schon so rüber, als wenn man die Kuh nochmal richtig melken will. Weiß ich jetzt nicht, Digga, ob das sein muss. ...macht, aber natürlich manipuliert das die Zuschauer emotional extrem. Der tolle Streamer, der so viele schöne Dinge gemacht hat, der damit die Zuschauer emotional erreicht und jetzt mit einem tollen Stream einfach mal was wiedergeben möchte. Und dieser Sabaton wird nicht wie die anderen einfach komplett langweilig, sondern das wird ein richtig heftiges Konzept. Ich habe hier, wir sind aktuell geografischer Standort, ist Madeira. Und wir haben hier die Möglichkeit, in diesem wunderschönen Haus Gäste einzuladen. Also es werden mich viele Streaming-Kollegen, vielleicht auch andere, werden mich besuchen und werden mit mir zusammenstreamen. Ich werde hier drei zusätzliche Streaming-Setups haben, worüber wir quasi alles abgreifen können. Und wir haben ein Gym, woraus hoffentlich Streams kommen werden. Es gibt einen Bereich fürs Grillen, es gibt einen Koch-Stream, es gibt ein Eisbad, es gibt so unglaublich viel, was man hier dann innerhalb des Sabatons machen kann. Ja, Bruder, also kein Plan. Im Grunde macht das jeder größere Streamer heute eins zu eins genauso. Ja, es gibt auch diese Standard-Version, die er da genannt hat, aber normalerweise macht das jeder so, wie er aufgezählt hat. Trimax macht das in seinen längeren Streams. Das stimmt. Und Schlorox hat das Ganze zu Ostern letztes Jahr eins zu eins genauso umgesetzt. Also es ist nicht mal irgendwas Besonderes. Also wenn ich da mal ganz kurz was zu sagen darf. Ich habe noch nie einen Sub-Marathon gemacht und werde es auch nie machen. Ich streame seit elf Jahren und mein längster Stream waren 13 oder 14 Stunden. Könnt ihr mich jetzt für blamen, ist mir scheißegal. Ich streame immer nur so lange, wie ich der Meinung bin, wie es mir Spaß macht. Und nach 13, 14 Stunden vorm PC zocken, habe ich keine Lust mehr vorm PC zu sitzen. Und dann meinte ich den Stream aus, egal wie viel Geld dabei rumkommen würde. Aber das ist was anderes. Ich persönlich sehe es so, ein Sub-Marathon ist für mich eigentlich nur ein Sub-Marathon, damit will ich das nicht schlechtreden, was andere gemacht haben, ist für mich eigentlich nur ein Sub-Marathon, wenn der Streamer von morgens bis abends vor dem PC sitzt, natürlich mal duschen geht oder wenn mal wirklich ein wichtiger Team mit Terminen ansteht, eventuell mal ein Video im Hintergrund laufen lässt. Aber dieses Sub-Marathon, wir sind so lange online und dann holt man Kollege XY, der da mal einen Tag für einen streamt, holt man XY, der streamt auch nochmal einen Tag, weil man dann irgendwie in der Zeit Wellness macht oder was weiß ich. Versteht mich nicht falsch, ich will nichts kleinreden, was andere in der Vergangenheit gemacht haben. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber eigentlich, so nehme ich es wahr, da ist ein Sub-Marathon, ein Streamer vor seinem Setup und auch nicht Cam aus beim Schlafen, Kamera auf die Person, wenn er schlafen ist, also wirklich 24-7 dauerhaft im Grunde der Streamer zu sehen. Das verstehe ich unter Sub-Marathon und da hatte ich auch schon viele Diskussionen mit anderen Streaming-Kollegen, die mir da eher zugestimmt haben. Wie gesagt, ich will damit nichts schlechtreden, was andere in der Vergangenheit gemacht haben. GG's an alle, die ihre Community versuchen, 24-7 auch mit Gästen zu unterhalten, da will ich nicht schlechtreden. Ich habe euch nur meine Wahrnehmung von einem Sub-Marathon formuliert und wiedergegeben. Vielleicht kennen Sie dieses Auto von VW mit Reifen und einer Windschutzscheibe. Unser Auto hat Reifen und eine Windschutzscheibe. Das ist unsere neueste Technologie. Was das Ganze irgendwie auch noch so ein bisschen ekelhafter macht, sind seine Aussagen in Bezug zu Geld. Da sagt er nämlich unter anderem sowas hier. Dann habe ich mich erst mal gefragt, glauben die Zuschauer, dass ich streamen muss? Also, glaubt ihr, dass ich den Stream anmache, um meine Kosten zu decken? Glaubt ihr, ich muss meinen Stream anwerfen, um einkaufen gehen zu können? OMG, ihr Geringverdiener glaubt wirklich, dass ich streamen muss, um mir Essen zu kaufen? Oh Mann, ich bitte euch. Worauf ich in diesem Video aber eigentlich hinaus will, war nicht die Aussage von eben, sondern dass es ihm finanziell ja anscheinend sehr, sehr gut geht. Das Ganze sagt er auch hier nochmal. Ich möchte im Supermarkt reingehen und nicht auf die Preise gucken. Ich möchte vielleicht ein schönes Auto haben. Ich möchte vielleicht irgendwann mal in den Urlaub fliegen. Und all das habe ich mir erfüllt. Sogar weit darüber hinaus. Da verstehe ich ehrlicherweise nicht, warum er dann einen komplett manipulativen Sabaton zum Ende machen möchte, wo ihm bewusst ist, dass seine Zuschauer ja nochmal extra super viel Geld donaten werden, wenn er das Ganze doch eigentlich nicht braucht und sowieso schon ein sehr gutes Leben hat. Wenn es dir so... Berechtigter Einwand von Kuchen. Es gibt so viele Streamer da draußen von mittlerer Größe, riesengroß, klein, die alle gutes Geld machen. Für den einen von euch da draußen ist pro Monat 2000 Euro gutes Geld durch Streaming. Für die anderen 5000, für die anderen 10.000, für die anderen 20.000. Und ich glaube, jeder ist da ja ganz individuell auch verschieden. Der eine braucht 1000 Euro zum Leben im Monat, um seine Fixkosten zu decken. Der andere 2000, der andere 3000. Am Ende sehe ich es so, wenn... Also neutral wieder betrachtet, wenn es einem finanziell so unfassbar gut geht. Einfach neutral gesagt. Wenn jemand unfassbar gut finanziell aufgestellt ist und sich keine Sorgen mehr für die Zukunft machen muss oder eigentlich all das erreicht hat, was er haben wollte finanziell, dann ist eine Variante des Submarathons, wo die Leute bestimmen, wie lange man online bleibt, weil danach kommt man nie wieder online, schon ein merkwürdiger Gegenpol, wo man dann schon ein Fragezeichen im Gesicht hat, finde ich. Wenn du so gut geht und du gar nicht darauf angewiesen bist zu streamen, warum machst du da nicht einfach einen festgelegten Zeitraum wie 7 oder 14 Tage, ohne dass deine Zuschauer Geld donaten müssen und machst einfach einen geilen Stream zum Abschluss für deine Zuschauer? Oder warum spendest du die Einnahmen von dem Stream nicht, um zum Abschluss nochmal was Gutes zu tun? Vor allem bringt er dann auch in dem Video folgende Aussage. Und wenn das bedeutet, dass ich im nächsten Monat oder in 6 Monaten oder wann auch immer weniger Geld verdiene, dann ist das ein fairer Preis, ein fairer Tausch dafür, den ich eingehe, damit es mir besser geht, gesundheitlich. Das ist nämlich für mich das Allerwichtigste. Das ist mir gesundheitlich, sowohl vom Körper her als auch vom Geist her, dass es mir gut geht. Natürlich wird er die Monate danach weniger verdienen. Ich meine, er streamt ja nicht, ist ja auch klar. Aber Bro, jedem von uns ist doch klar, dass man in einem Sabaton normalerweise, wenn der durchschnittlich läuft, mindestens mal das verdient, was man sonst in 6 Monaten verdient. Bei guten Sabatons kann das auch gerne mal ein komplettes Jahresgehalt oder auch drüber sein. Ja, kann sein, dass du in 6 Monaten dann weniger Geld verdienst, aber in dem einen Stream verdienst du ja wahrscheinlich genug für das komplette Jahr. Also auch das ist wieder manipulativ, so ja, er streamt ja nicht und verdient weniger, macht ja aber dementsprechend mehr Geld in diesem einen Stream. Ey, das ist so schlecht, wirklich. Da dann so komisch... True. Da stimme ich Kuchen zu, was er sagt. Also verstehe mich nicht falsch, wenn Micky eine Auszeit braucht, ey, sei ihm vom tiefsten Herzen gegönnt. Er hat eine schöne Immobilie, er hat eine Freundin, mit der er happy ist und wenn er sagt, ey, ich bin erstmal offline, dann sei ihm das wirklich vom Herzen gegönnt. Ich finde, es hat einfach einen faden Beigeschmack, das an einen unbefristeten Submarathon zu knüpfen, weil so ein unbefristeter Submarathon kann auch mal ein Jahr gehen oder eineinhalb Jahre theoretisch gesehen. Irgendwo hatte ich aufgeschnappt, vielleicht kommt es noch in dem Video, dass er auch den Rekord dafür brechen möchte. Vielleicht ist es aber auch Quatsch, was ich da gehört habe. Wenn es dir so auch wieder neutral betrachtet einfach, wenn es dir finanziell gut geht, du gutes Geld verdienst und du auch bereit bist, in den Monaten, wo du nicht streamst, bereit bist, weniger Geld zu verdienen, dann mach es doch einfach. Dann nimm dir doch die Auszeit jetzt, entspann dich und sag, ey, ich nehme auf unbefristete Zeit eine Auszeit. Diese Auszeit kann zwei Monate sein, diese Auszeit kann ein halbes Jahr sein und wenn ich wieder Lust habe, dann komme ich zurück und wenn nicht, dann nicht. Da würde, glaube ich, niemand was sagen. Micky war ja auch schon mal ein halbes Jahr weg und ist dann wiedergekommen und das war doch fein. Wenn man die Zeit für sich braucht, dann ist es doch vollkommen legitim, aber es kommt ein wenig komisch rüber, neutral betrachtet, wenn man sagt, ich höre auf zu streamen, ich möchte gesundheitlich, möchte, dass es mir gut geht, ich möchte Zeit mit der Familie verbringen, ich möchte dies, ich möchte das. Das dann aber im Umkehrschluss an den Submarathon zu knüpfen, der theoretisch gesehen Monate bis zu halbes Jahr, Jahr oder länger gehen kann, ist irgendwie ein Widerspruch, finde ich. Emotional zu sagen, und wenn das heißt, dass ich dann weniger verdiene, ist das absolut okay. Nachdem ich euch komplett gemolken habe, ob der Begriff ausgebrannt richtig gewählt ist oder müde oder ich zu hohe Ansprüche an mich selber stelle. Ansprüche an dich selber, Bro, du streamst seit acht Jahren einfach nur, wie du irgendwelche Games zockst oder mit deinem Chat redest. Und das ist absolut in Ordnung, ich will das gar nicht runter machen, aber er stellt sich so hin, als wenn er seit acht Jahren so die nonplusultra real life heftigen Stream Events und sowas aus dem Boden klopft, davor er das nie gemacht hat und stellt sich jetzt als sonst was für ein krasser Streamer hin. Bruder, du machst den PC an und zockst irgendwas. Auch gut ist natürlich die Tatsache, dass er sagt, dass er ja irgendwo so müde und ausgebrannt ist. Er hat einfach nicht mehr so viel Bock darauf, aber am Ende nochmal einen Submarathon zu machen, wo man gezwungenermaßen dann wahrscheinlich sieben, vierzehn Tage oder auch länger, ich hätte nicht gesagt, wie lange er das macht, gezwungen online sein muss. Dafür hat er dann auf einmal wieder Kraft und Energie. Also klar, dafür wird auch dementsprechend bezahlt, dann wäre ich auch motiviert. Jetzt könnte man natürlich sagen, da hat Kuchen recht, ja, mit dem letzten Punkt hat er recht. Natürlich hat jeder ein anderes Empfinden, wie ausgebrannt er von was ist. Der eine ist ausgebrannt, weil er irgendwie viermal die Woche für vier Stunden arbeiten gehen muss. Der andere ist ausgebrannt, weil er jede Woche zwölf Stunden arbeiten gehen muss. Jeden Tag, sechsmal die Woche. Das ganz individuell. Man kann den Leuten immer nur vor den Kopf schauen, du kannst ihn aber nicht in den Kopf schauen, das ist ja klar wie Klosbrühe. Das mag ich jetzt nicht beurteilen, wie ausgebrannt Micky ist oder auch nicht. Da will ich gar nicht drüber urteilen, aber natürlich, wenn jemand von sich auch wieder sagt, man ist ein bisschen ausgebrannt und Gesundheit hier, habe ich ja eben schon gesagt, das dann aber an den Submarathon zu knüpfen, der unfassbar anstrengend ist und der dich eventuell für Monate in deinen Sessel reindrückt und du noch weniger Zeit für alles hast als zuvor für Freunde, Familie, Gesundheit und deine Psyche, dann ist es ein wenig widersprüchlich. Sagen, naja, aber vielleicht rechnet er auch gar nicht mit so viel Rückhalt aus der Community. Naja, er sagt eigentlich genau das Gegenteil in dem Video. Ein allerletztes Projekt zu machen, wo ich nochmal richtig Gas geben werde, wo wahrscheinlich ich auch nochmal richtig viel streamen werde. Ich werde ja wahrscheinlich schon sehr, sehr lange streamen müssen, ne? Ich weiß nämlich genau, wie viel Geld ich von euch bekomme. Wie gesagt, wenn du irgendwas Krasses zum Abschluss machen möchtest, verstehe ich nicht, warum du das Ganze nicht ohne Submarathon machst und dafür halt einen festen Zeitraum, sagen wir 14 Tage. Das wäre für die Community viel geiler, als sie emotional unter Druck zu setzen und sie quasi dazu zu zwingen, dass wenn sie dich weiter online haben wollen, im letzten Stream sie Geld donaten müssen. Ja, der fade Beigeschmack als neutraler Zuschauer besteht ja trotzdem da drinnen, wenn ich das einfach mir mal so erlauben darf, das zu sagen, dass das ganze Projekt eher auf den Verdienst hinausläuft. Also zumindest erweckt das den Eindruck bei mir. Und das ist auch gar kein Problem. Also jeder möchte Geld verdienen, ist doch kein Problem. Jeder möchte Geld verdienen und Geld über einen Submarathon zu verdienen, wo man viel Geld bekommt dafür, dass man nicht offline gehen kann, ist doch kein Problem. Ist ja Micky nicht der Erste, der das macht. Aber das in Kombination mit, jo, danach stream ich nicht mehr und ich höre auf, das ist schon komisch. Und ich glaube, wenn es dann wirklich nicht ums Geld geht anscheinend, dann hätte es auch viel weniger Kritik gegeben, hätte man beispielsweise gesagt, und all das, was bei dem Submarathon rumkommt, spende ich an Tierschutz XY in meiner Heimat oder an, dann hätte niemand sagen können, jo, du machst das wegen Geld eventuell und setzt deine Zuschauer ein bisschen unter Druck, dass du nie wieder offline gehst. Also ich glaube, da hätte es deutlich bessere Möglichkeiten gegeben und die Kritik, die Micky da in den letzten Tagen bekommen hat, tut mir ein bisschen leid für ihn, weil ich ihn ja auch wirklich gerne mag und ich versuche das Video so neutral wie möglich zu halten und schaue mir einfach nur das an, was hier berichtet wird und hoffe, dass ich auch neutral rüberkomme. Aber ich glaube, da hätte es viel bessere Wege gegeben und es ist ja irgendwie dann auch schade wiederum um die Person Micky, dass seine letzte Amtshandlung, bevor er erstmal in die Pause geht, etwas ist, was unfassbar kritisiert wird und was auch auf seinem Kanal, ich hatte vor dem, bevor ich das Video aufgenommen habe, mal geschaut, mehr Dislikes auf YouTube hat als Likes und das ist schon etwas, was du erstmal schaffen musst, wenn das dein letztes Projekt ist. So könnte man der Community wirklich was zurückgeben, anstatt zu sagen, so Leute, ich gehe jetzt online, außer hier kommt nochmal ein Fünfer drauf, na? Wer noch irgendwer? Noch irgendwer Geld? Die Gründe dafür, dass er aufhören möchte zu streamen, sind übrigens folgende. 330 Stunden gestreamt. Das sind im Schnitt im Januar pro Tag 11 Stunden. Da war nicht viel anderes in meinem Leben. Der eine Grund ist, dass ich für nichts anderes in meinem Leben Zeit habe, außer für das Streaming. unglaublich viele Bereiche in meinem Leben kommen zu kurz, was ich ändern möchte. Sei es der Sportliche, sei es der Soziale, sei es die Entwicklung von mir persönlich. Er hat also für gar nichts anderes mehr Zeit. Also ich verstehe. Da muss ich einfach direkt was zu sagen, bevor Kuchen etwas sagt. Wenn du empfindest, dass du zu viel streamst, dann stream weniger. Wenn du das Gefühl hast, du hast für nichts anderes Zeit, dann stream weniger. Niemand zwingt dich 11 Stunden zu streamen. Niemand verlangt das aus deiner Community von dir. Der Einzige, der das eventuell von sich verlangt, ist man selber. Und Surprise, Surprise, und das ist jetzt so dieser Klugscheißer-Vergleich, aber Surprise, Surprise, Menschen gehen jeden Tag acht bis neun Stunden arbeiten, sind auch eine halbe Stunde bis Stunde am Tag unterwegs, um zur Arbeit zu kommen oder länger und verdienen ein Hundertstel oder ein Zehntel oder ein Zwanzigstel von dem, was wir Streamer verdienen. Also ja, Stream ist Arbeit und Stream kann auch belastend sein, sowohl körperlich als auch psychisch, aber ich sage mir immer wieder, wenn ich mir denke, oh, erinnere ich mich immer wieder zurück, wie es für mich gewesen wäre, hätte ich wirklich Vollzeit arbeiten müssen und ich habe nicht so viel gearbeitet in der Vergangenheit. Klar, meine Ausbildung, drei Jahre, zwei Jahre krank, und mal hier, mal da, aber um mich immer wieder ein bisschen selber zu erden und mich daran zu erinnern, wer ich bin, in was ich bin, wo ich bin, in was für einer privilegierten Situation ich bin, denke ich einfach immer wieder daran an das, was wäre, wenn ich nicht hier wäre und das ist die Realität, nämlich zehn Stunden für jemanden zu arbeiten und ihn reicher zu machen und seine Lebenszeit zu verschwenden. Das ist die Realität, das tut mir leid, für viele von euch da draußen, die mit Sicherheit in ihrem Leben mehr und Besseres mit ihrer Zeit anfangen könnten, aber daran sollte man sich immer erinnern, dass das eigentlich das normale Leben ist und dann sind jeden Tag auch fünf oder acht Stunden streamen, eigentlich ganz großer Luxus. Den Grund Real Talk halt irgendwie überhaupt nicht. Für ihn gibt es also entweder die Option, zwölf Stunden am Tag zu streamen oder halt einfach gar nicht. Wäre es nicht eine Idee, einfach weniger zu streamen oder einfach nicht so häufig? Naja, und dann ist es ja auch wiederum, also wenn ich sage, elf Stunden streamen pro Tag sind mir zu viel und das möchte ich nicht mehr und deswegen höre ich auf und ich dann einen Satz später sage, aber vorher streame ich nochmal 100 Tage, 80 Tage, 200 Tage, 300 Tage durch und bin anstatt elf Stunden vor dem PC 15 Stunden und dann lege ich mich pennen und dann komme ich wieder und ihr könnt mir theoretisch gesehen auch beim Pen zu gucken, weil beim Submarathon sollte das eigentlich so sein, dann ist es irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Ich will seine Entscheidung gar nicht angreifen, aber ich finde dieses Zeitargument halt absolut wack. Er war in den letzten 365 Tagen 275 Mal online im Durchschnitt acht Stunden. Wenn dir das viel zu viel ist, dann gar keine Frage, kann ich komplett verstehen. Das hätte ich wahrscheinlich kein Jahr durchgehalten, weil mir das zu anstrengend ist. Also Real Talk. Aber warum streamst du da nicht zum Beispiel einfach zweimal die Woche oder von mir aus auch täglich, aber nur für zwei oder drei Stunden? Du könntest ja einmal die Woche für acht Stunden streamen oder zweimal in der Woche für fünf Stunden. Warum muss es denn dann gar nicht sein? Also verstehe mich nicht falsch, wenn er keine Lust mehr hat, absolut legitim, kann man nachvollziehen nach acht Jahren. Aber dieses Zeitargument macht gar keinen Sinn. Vor allem dann auch solche Aussagen hier. Wenn ich mir den Kommentar mal erlauben darf, dann wird es wahrscheinlich da dran liegen oder vielleicht ein Grund dafür sein, dass Micky seine größte Kraft im Stream liegt, reichweitentechnisch. Nicht böse gemeint, falls du es siehst, Micky, YouTube ist bei ihm eher so ein bisschen Moistimeyer und da hat er vor einiger Zeit losgelassen. Da läuft es nicht mehr so mit den Videos. Instagram etc. will ich jetzt gar nicht beurteilen. Über Instagram kannst du auch Geld verdienen, das ist klar. Aber so zwei Zugpferde, die man eigentlich hat, wenn es bei einem super läuft, ist Twitch und YouTube. Und wenn du mal eine Phase hast, wo du Twitch vielleicht ein bisschen weniger machst, so wie ich gerade, dann kannst du dich trotzdem auch an den PC setzen und Gaming-Videos aufnehmen oder Off-Stream-Reaction. Auch wenn du dann vielleicht bei deinem Job Twitch weniger anwesend bist, bist du dann bei der Arbeit YouTube anwesend und machst halt Off-Stream dein Kram. Und ich glaube, das ist ja auch vollkommen okay, dass bei Micky halt Twitch das größte Zugpferd ist, das, was das meiste Geld bringt und deswegen ist er da halt auch viel mehr online etc. Natürlich macht es ihm auch Spaß, keine Frage, aber er hat ja gerade gesagt, es ist ihm vielleicht ein bisschen zu viel. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht deswegen mehr bei Twitch ist, weil halt Zeit in YouTube-Videos vom lukrativen Aspekt sich nicht so wirklich lohnt, könnte sein. Also kein Disrespekt, das ist halt einfach eine Vermutung. Wo der Pokal immer noch unten in irgendeinem Karton drin ist, den ich noch gar nicht aufgestellt habe, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, weil ich immer nur streame. Boah, ich habe das letzte Jahr 90 Tage gar nicht gestreamt und sonst immer nur 8 Stunden am Tag. Wann soll ich Zeit haben, diesen Pokal aus dem Paket zu holen? Das dauert 2 Minuten. Woher soll ich die nehmen, Alter? Ein Punkt, der mich persönlich... Ja, das ist eher... Also das fühle ich gar nicht gerade so. Also das ist eher eine Aussage, die auf Unverständnis bei mir stößt. Also ein Tag hat 24 Stunden. Wenn du im Durchschnitt die letzten 365 Tage 8 Stunden gestreamt hast, dann hast du, dafür muss ich kein Mathematiker sein, immer noch 16 Stunden am Tag. Davon ziehen wir nochmal 8 bis 9 Stunden Schlaf ab. Dann hast du immer noch 8 Stunden Zeit am Tag, um einen Pokal aus dem Karton zu holen. Ich triggert es übrigens folgend da. Ich möchte mit meiner Freundin möchte ich mehr Zeit verbringen. Meine Kinder waren letztens zu Besuch hier auf Madeira und die haben mich vor einer Woche besucht und in der Woche hatte ich nur einmal gestreamt und ansonsten hatte ich nur Zeit mit denen verbracht. Wie gut das mir getan hat, mit denen Zeit zu verbringen. Wie gut das denen getan hat, mit mir Zeit zu verbringen. Ich will ihm hier auch gar nicht absprechen, dass er nicht gerne mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen würde. Aber Bruder, jetzt mal Realtalk. Du sagst in dem Video, dass du gerne mehr Zeit mit deinen Kindern hättest, wanderst aber vor einem Jahr nach Madeira, aus weit weg von deinen Kindern, einfach nur um mehr Geld zu haben. Du hast effektiv weniger Steuern zahlen vor deinen Kindern gesetzt. Ich meine, ich bin selbst... Das weiß ich jetzt nicht, das ist eine starke Unterstellung von KuchenTV. Da kann ich jetzt nicht viel zu sagen, was am Ende Mickis Beweggründe waren, auszuwandern. Da sage ich einfach erst mal gar nichts zu. Es spricht ja nichts dagegen, mehr Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Dann streamt halt weniger. Also ist doch legitim. Team, jeder aus deiner Community hat doch dafür Verständnis, wenn du sagst, ey, diese Woche bin ich anstatt sechsmal, nur zweimal live, weil meine Kids sind am Start. Oder diese Woche bin ich gar nicht live, weil meine Kids sind am Start. Hätte jeder für Verständnis, würde niemand für haten. Ich bin selber Vater. Deswegen argumentiere ich das vielleicht auch aus einer anderen Rolle. Und vielleicht werde ich auch dafür gehatet. Aber als ich mit meiner Ex noch zusammen gewesen bin, hatten wir auch den Plan, nach Madeira auszuwandern, weil man tatsächlich relativ viel Geld spart. Und auch nach der Trennung hätte ich logischerweise auch alleine auswandern können. Und das hätte sich richtig gelohnt. Ich hätte, glaube ich, so 100.000 bis 400.000 Euro mehr im Jahr gehabt. Aber kein Geld dieser Welt, nicht mal 5 Millionen Euro mehr im Jahr, wären es mir wert, so weit weg von meinem Sohn zu sein und ihn nicht vernünftig aufwachsen zu sehen. Ich zahle lieber viel zu viel Steuern, als so weit weg von meinem Sohn zu sein. Du willst mehr Zeit mit der... Da kann ich Kuchen nur zustimmen. Bei mir wären es nicht 1.000 bis 400.000 Euro im Jahr, die ich sparen würde an Steuern. Bei mir wären es mehrere Millionen, die ich sparen würde, wenn ich auswandern würde. Und ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt. In meinem Kopf ist das Auswandern schon immer gewesen. Ich habe da schon vor Jahren drüber geredet. Aber ich werde nicht auswandern, um Millionen mehr zu verdienen im Jahr. Denn mir geht es gut. Und die Zeit, die ich mit meiner Familie habe und vor allen Dingen mit meinen Großeltern, die ich effektiv nutzen kann, ich bin jeden freien Tag, den ich habe, wenn möglich, bei meinen Großeltern essen. Das kann 5-mal die Woche sein, das kann 7-mal die Woche sein, wenn ich viel zu tun habe, vielleicht auch nur 2-mal die Woche. Aber ich versuche so viel wie möglich bei meinen Großeltern zu sein. Denn selbst wenn ich nach Madeira auswander oder nach Malta oder wo auch immer hin und ich würde im Jahr 4 Millionen, 3 Millionen, whatever, mehr verdienen, weil ich weniger Steuern bezahlen müsste, mit diesem Geld könnte ich mir nicht eine Minute mehr mit meinen Großeltern kaufen, wenn sie nicht mehr da sind. Familie und Zeit mit der Familie ist an oberster Priorität. Egal wie viel mehr Geld du hast, wenn du auswanderst. Das ist das Wichtigste. Geld kannst du immer verdienen. Zeit mit der Familie, mit deinen Liebsten, die immer für dich da sind, die kannst du dir nicht mehr kaufen. Versteht ihr? Das Einzige, was du dir mit Geld nicht kaufen kannst, ist Zeit. Vergangene Zeit. Und deswegen ist mein Arsch immer noch in Deutschland. Das ist der einzige Grund wegen meiner Familie. Ansonsten wäre ich schon längst weg. Also spittet KuchenTV da gerade Fakten. Nicht auf Micky bezogen, warum er ausgewandert ist, etc. Das wird er alleine wissen. Da mag ich nicht drüber urteilen. ...dein Kindern verbringen, aber ziehst vier Flugstunden weit weg von deinen Kindern. Aber ja, ich denke diese vielleicht 200.000 Euro im Jahr, du wirst dir später bestimmt denken, boah, das ist viel besser als die ganzen verlorenen Erinnerungen mit meinen Kindern, die ich nicht habe, weil ich weggezogen bin. Ich weiß das alles. Ich habe nur einen höheren Anspruch an mich selber. Und dem werde ich nicht gerecht. Ich werde mir selber nicht gerecht. Was für Anspruch, Bruder! Du setzt dich vor dem PC und zockst halt oder laberst mit deinen Zuschauern. Also, sorry, er stellt sich so hin, als wenn er so der krasseste Streamer ever wäre, der so jeden Tag ein neues, heftiges Event plant, obwohl er ja so Standard-Streams macht. Und das ist nicht mal schlimm. Kann auch unterhalten sein, gar keine Frage. Aber der, wie stellt er sich da hin? Ich blick das nicht. Zum Abschluss kommt dann das hier. Wir sehen uns in den Streams. Und sonst sehen wir uns auch sonst bestimmt so oder hören uns. Ich wünsche euch ein gutes Leben voller Liebe und voller Kraft. Das ist tatsächlich ganz schön creepy. Aber gut, was kann ich denn abschließend dazu sagen? Das Video ist einfach mega heuchlerisch. Er erpresst seine Zuschauer emotional und es ist mal wieder absolut weird. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich Miki TV als so den sympathischsten, besten Menschen hinstellen möchte, obwohl er hinter der Fassade meistens immer genau das Gegenteil ist. Egal ob mit dem gelogenen Kick-Deal, die FIFA-Packs, die er damals geöffnet hat oder auch jetzt dieses Video. Es geht ihm offensichtlich halt einfach nur darum, beim letzten Stream nochmal so viel Geld wie möglich mitzunehmen, damit man sich die Rente schmecken lassen kann. Und das ist einfach absolut ekelhaft den Zuschauern gegenüber. Überleg mal, wie viele Leute du hast, die wirklich diesen Stream mitverfolgen, die Bock haben, weiter Content zu sehen und die logischerweise dann extra Geld erlassen, damit du eben länger streamst. Du setzt die Zuschauer damit komplett unter Druck, weil du sagst, dass das dein letzter Stream ist. Und das ist absolut charakterlos. Miki TV, Realtalk, das hätte ich nicht mal von dir erwartet. Und ich kann mir schon richtig gut vorstellen, wie das Ganze läuft. Wahrscheinlich wird er in sechs Monaten oder in einem Jahr zurückkommen und sagen, hey Leute, ich hab jetzt ganz zufällig doch wieder Bock täglich zu streamen. Mensch, das war aber ein Zufall, oder? Und das würde auf jeden Fall zeigen, was für ein heuchlerischer Typ du bist. Wir sind auf jeden Fall... Würde ja nichts gegen sprechen. Also Miki könnte ja wiederkommen, aber mit dem faden Beigeschmack des Submarathons macht das das Ganze irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Also wie gesagt, abschließend, meine Meinung, niemand hat was dagegen und ich wünsche Miki nur das Beste, wenn er Zeit für sich braucht, wenn er Zeit mit seiner Familie verbringen will und aufhören will zu streamen. Hey, dann mach es. Ich hab's eben gerade gesagt, Zeit mit den Liebsten, Zeit mit der Familie, Zeit mit deinen Kindern ist unbezahlbar. Egal wie viel Geld du verdienst, mehr verdienst, whatever, ist unbezahlbar. Aber das Ganze wird so unfassbar mit einem faden Beigeschmack unterstrichen, mit diesem Submarathon und auch bin ich pro Kuchen mit diesem emotionalen Druck, den den Zuschauer gemacht werden. Oh, ihr wollt nicht, dass ich aufhöre zu streamen? Dann haut mal richtig rein. Dann lasst mal richtig viele Subs da, dann lasst mal richtig viel da, dann kann ich ja nicht offline gehen. Ihr wollt mich weiter haben? Dann lasst Liebe da, lasst Geld da, lasst Subs da. Das ist irgendwie nicht schön. Finde ich, bin ich ehrlich, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Weiß nicht, warum er das gemacht hat, das werde er selber wissen, aber ich finde das nicht gut. Aber ich hoffe, dass er da die richtige Entscheidung noch finden wird. Und wenn er aufhören möchte, dann hör einfach auf. Du hast gesagt, dir geht es finanziell gut, dann hör doch einfach auf. Und wenn du in einem halben Jahr wiederkommen möchtest, weil es dir besser geht oder weil du merkst, vielleicht das Geld wird knapp, dann ist dir niemand böse. Aber auch niemand. Dir werden mehr Leute böse sein, wenn du mit einem Submarathon offline gehst. Also ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich zu sagen habe. Wie gesagt, ich verstehe mich privat mit Micky und habe einfach nur zu dieser Thematik meine Meinung wiedergegeben. Also ich distanziere mich von Beleidigungen. Ihr könnt gerne Meinungen in die Kommentare schreiben. Ihr könnt gerne untereinander diskutieren, aber von Beleidigungen Micky gegenüber oder anderen Leuten gegenüber distanziere ich mich ganz klar. Wir schauen uns hier den Meinungs-Vlogger an. Vlogger wahrscheinlich den Meinungs-YouTuber und ich habe meine Meinung dazu wiedergegeben. Das könnt ihr gerne auch machen, aber ohne Beleidigung. Beste Grüße. Much love. Ich höre auch bald auf zu streamen. Vorher machen wir aber noch einen Submarathon. Kuss. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.